Hallo alle zusammen, heute habe ich wieder ein Haul für euch. Das Zeug habe ich nicht mit einmal gekauft, sondern schon in den letzten Wochen, fast Monaten, angesammelt. Also seit meinem letzten Haul eigentlich. Und dementsprechend habe ich auch die Sachen schon genutzt oder nicht und kann euch dazu meine Meinung sagen. Fangen wir mal mit dem Haarzeug an. Ich habe auch keine Shampoos und keinen Conditioner. Das Zeug könnt ihr euch alles in meinem Empties-Video angucken, also in meinem leer gemacht, aufgebraucht Video. Das kann ich euch gerne in die Infobox verlinken. Aber was ich gekauft habe für die Haare, ist ein Tangle-Teaser, ein neuer. Den liebe ich ja, das habe ich auch schon in meinem Liebste-Produkte-2015-Video gesagt. Mein alter hat aber wirklich schon gebogene Borste, deshalb dachte ich, ich könnte mir mal einen neuen leisten. Und diesen hier finde ich auch extrem schick. Der hat halt hier oben so rot und hier unten lila. Und das finde ich echt süß und nett. Das nächste Ding für die Haare sind Invisibobbles. Eins davon habe ich schon meiner Schwester geschenkt, eins habe ich schon ausprobiert, beziehungsweise benutzt. Und eins ist hier noch drin. Ich glaube, ich lasse das auch erstmal da drin. Weil sonst verliere ich die wieder. Ich habe nämlich schon mal so eine Box Invisibobbles gekauft und die sind weg. Keine Ahnung, wo die sind. Da ist keine mehr von übrig. Ich weiß nicht, was es mit den Top-Gummis so auf sich hat. Aber selbst die Invisibobbles verschwinden bei mir. Unglaublich. Jedenfalls bin ich froh, diese Teile jetzt wieder zu haben. Ich finde die wirklich gut. Ich mag die Invisibobbles, weil ich das Gefühl habe, dass sie gut wieder zurück in ihre Form springen. Und nicht übelst ausleiern. Das letzte Haarprodukt ist dieses Serum oder Haarspitzenfluid. Das ist von Lavera Repairpflege Haarspitzenfluid. Das habe ich noch nicht so viel ausprobiert. Das habe ich geschenkt bekommen auch. Das ist ohne Silikone, mit Biorose und pflanzlichem Keratin. Das sollte ich vielleicht mal benutzen. Meine Haarspitzen sind nämlich immer ein bisschen brüchig. Vor allen Dingen halt, weil ich die ja geblondiert hatte. Das zweite ist halt Alkohol hier drin. Ich weiß nicht, ob das so cool ist wie Haare. Gehen wir mal über zu Skincare. Und da habe ich mir eine neue Sache gekauft. Das hier ist das Alverde Clear Anti-Pickel SOS-Serum. Mit Heilerde. Das hat eine leicht bräunliche Farbe. Aber das sieht man eigentlich überhaupt nicht auf der Haut. Ich trage das dann abends auf. Und zwar hatte ich tatsächlich in letzter Zeit ein paar Pickelchen. Und auf die habe ich dann aufgetragen. Und am nächsten Morgen waren die so gut wie weg. Und das fände ich echt erstaunlich, wenn ein Produkt sowas schafft. Ja, deshalb würde ich dem auf jeden Fall volle Punktzahl geben, wenn ich Punkte verteilen würde. Diese Kneipp Creme Dusche habe ich mir gekauft. Das ist die Duftrichtung Sinnliche Verführung. Und das war lange mein absoluter Favorite. Das ist ein warmer Duft. Sehr cremig, pudrig würde ich sagen. Vielleicht ganz leicht fruchtig. So fruchtig cremig vielleicht. Aber in eine sehr, sehr milde Art und Weise. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Feigen kennt. Aber es riecht ungefähr so, wie Feigen schmecken. Feigenmilch und Arganöl. Feigenmilch, Alter, wie macht man das denn? Also wenn ihr auf so sinnliche Düfte steht, dann kann ich euch das hier nur empfehlen. Das habe ich bei Mac Guides gefunden. Das gab es früher auch mal, glaube ich, in der Drogerie. Aber jetzt findet man das eher schwieriger. Also ich finde, Mac Guides sowieso hat öfter mal solche komischen Restpostenteile, die gar nicht so schlecht sind. Hier halt so Kneipp Duschteile. Ich habe diese Altera reichhaltige Körpercreme gekauft. Davon habe ich ja schon mal die Gesichtscreme benutzt. Davon benutze ich auch immer die Shampoos. Und die Handcreme habe ich mir beim letzten Haul auch gekauft. Und das hier ist halt die reichhaltige Körpercreme für sehr trockene Haut. Ich weiß nicht, warum sie das für sehr trockene Haut empfehlen würden. Ich finde nicht, dass es dafür geeignet ist. Ich finde nämlich, dass es eine sehr, sehr leichte Textur ist. Aber ich kann euch das gleich mal demonstrieren. Das ist halt so eine weiße Milch oder Creme. Und man reibt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die ist jetzt schon quasi weg. Das war's. Verteilt und weg. Also ich meine, leichter geht es nicht, oder? Also man kann sich sofort anziehen danach. Das riecht auch überhaupt nicht aufdringlich, meiner Meinung nach. Da ich keine sehr trockene Haut habe, sondern im Grunde genommen eher normale Haut, reicht mir das hier völlig aus. Es ist auch eine Creme, die ich im Sommer benutzen würde. Weil sie meiner Meinung nach so leicht ist. Also ich weiß nicht, was sie mit der trockenen Haut haben, aber ich finde sie gut für meine Haut. Also normale Haut. Okay, dann habe ich hier noch eine Bodylotion. Die habe ich gestern erst gekauft, das habe ich die noch nicht ausprobiert. Aber ich verspreche mir gute Sachen davon. Und zwar ist das die Lavera Naturkosmetik Honey Moments Sanfte Bodylotion. Die habe ich bei TK Maxx gekauft. Machen wir das mal auf meiner anderen Hand. Ist nicht viel dicker. Vielleicht ein bisschen dicker als die andere. Oh doch, warte mal. Sie duftet herrlich nach Honig. Wirkt reichhaltiger, würde ich sagen. Doch, ja. Also ich habe das Gefühl, die pflegt sehr schön. Wow, nice. 3,99 hat mich die gekostet beim TK Maxx. Da kann man eigentlich gut mal hingehen und auch bei den Pflegeprodukten gut stöbern. Nicht nur bei den Klamottskis. Auch bei TK Maxx habe ich mir dieses SOS Aftersun Fluid gekauft. Ich dachte, so ein SOS Aftersun Fluid kann man eigentlich immer mal im Haus haben. Und ich habe halt gerade keins. Und wenn mir dann auch noch eins von einer Naturkosmetikmarke angeboten wird, zu einem Preis, den ich durchaus akzeptabel finde, dann finde ich, kann man das ruhig mal mitnehmen. Und ich mag auch die Tubengröße. 100 Milliliter kann man halt auch mit in den Urlaub nehmen. Großartig. Hier sind noch zwei Lippenpflegeprodukte. Einmal so ein Lippenbalsam von Alverde. Das hier ist so eine Art Gel. Das ist so weißlich. Das wird auf den Lippen wie ein Öl. Schmeckt recht intensiv, würde ich sagen. Nicht unbedingt gut. Ich finde die Pflegewirkung voll okay. Das zweite Lippenpflegeprodukt ist von Be Natural. 100% Natural. Bees Wax. Also ein Lippenpflegeprodukt auf Basis von Bienenwachs. Ich finde ja Bienenwachs gut. Ja, ich weiß die armen Bienen und so. Ich finde immer, die können wenigstens noch ein bisschen rumfliegen und in ihrem natürlichen Habitat leben. So sieht das Ganze aus. Das ist so ein Stift, ein ziemlich weißlicher Stift. Die gibt es in der Duftrichtung Mango und Pomegranate, also Granatapfel. Und ich finde die gut. Ich finde die Pflegewirkung sehr gut. Also ja, ich würde beide Lippenpflegeprodukte empfehlen. Okay, kommen wir zur Kosmetik. Ich habe hier den Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ich habe ja lange Zeit diese Camouflage Cream benutzt, also dieses Teil in dem kleinen Töpfchen. Und dachte, das hier müsste ja die flüssige Version davon sein. Soll ja auch. Es ist halt eine Farbe, die ist ziemlich, also die ist mir noch fast ein bisschen zu rotstichig. Aber da ich es unter den Augen auftrage, finde ich das ganz okay. Ich verblende das mit einem kleinen Make-up-Schwämmchen, einem nassgemachten. Und dann finde ich das eigentlich ganz okay. Die Deckkraft ist auch in Ordnung. Dann habe ich drei Lippenstifte gekauft. Und zwar zum ersten diesen hier von Essence. Das ist die Farbe 04 on the Catwalk. Ich finde es einen sehr schönen Kirschton. Großartig. Zeige ich euch einfach mal an. Nummer 4 on the Catwalk von Essence. Das sind, glaube ich, diese long-lasting Lippenstifte. Von denen habe ich auch schon einige. Von denen trage ich übrigens auch gerade einen. So einen pinken. So, dann habe ich zwei von Riveau de Loup. Einmal habe ich die Farbe Nummer 36. Das ist so ein braun-rot. Da ich so eine Farbe an Jennifer Lawrence gesehen habe auf der London Premiere. Und das fand ich so geil, dass ich das unbedingt nachkaufen musste. Ja, so sieht das Ganze hier. Das sieht gerade auf meinem Mittelfinger, auf meinem Mittelfinger aus. Ihr seht definitiv ein bräuneres Rot als jetzt dieser hier. Der letzte Lippenstift ist auch von Riveau de Loup. Und zwar die Nummer 57. Den habe ich auch in meinem Everyday Make-up Tutorial getragen. Das ist so ein Rosenholzton. Und den finde ich einfach großartig für den Alltag. Und als letztes Make-up Produkt habe ich diesen Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara in Black is Black. Den habe ich euch auch schon in meinem Everyday Make-up Tutorial gezeigt. Der hat halt so ein halbrundes Bürstchen. Und ja, ihr seht auch dort, wie ich den auftrage. Aber ich kann es euch auch gleich nochmal zeigen. Als letztes habe ich nur noch ein paar Sachen aus der Gesundheitsroberik. Einmal hier dieses Lebe-Pur-Macka-Pulver. Ich wusste erst nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. Und fand den Geschmack irgendwie ein bisschen komisch und muffelig. Aber dann habe ich festgestellt, dass der auch ein bisschen irgendwie karamellig ist. Und jetzt benutze ich den, wenn ich den ja ein bisschen karamellig möchte. Also zum Beispiel irgendwelche Getränke. Besonders lecker fand ich das, als ich mal so eine Süßigkeit hergestellt habe. Mit gepufftem Quinoa und Kokosöl und Reissiruk. Und dann halt ein bisschen von diesem Zeug hier dran. Und dann mischt man das halt einfach und lässt das so kalt werden. In so einer Form. Also so schön platt gedrückt. Und dann hat man so eine Stückchen. So was wie diese gepufften Reisteile mit Schokolade drum. Nur halt mit Quinoa und sowas und so. Und das hat übelst lecker geschmeckt. Und voll karamellig. Also kann ich nichts gegen sagen. Finde ich lecker jetzt. Macka soll viele Vitamine enthalten. Und so ein bisschen pushen und so weiter. Also Hellfood 3000. Dann habe ich ein paar Tees mitgenommen. Und zwar auch nur Gesundheitstees. Also hier Leber- und Gallentee. Meine Mutti hat so ein bisschen Leberprobleme. Ich finde, wenn jemand aus der Familie oder dem näheren Umkreis krank wird, beschäftigt man sich irgendwie automatisch mit dieser Krankheit. Oder irgendwie fragt sich, oh mein Gott, könnte ich das haben? Vor allen Dingen, wenn es halt die eigene Mutter ist. Und deshalb, ja, dachte ich, Leber- und Gallentee kann nicht schaden. Vor allen Dingen, ja, die Leber ist ein sehr wichtiges Organ, Leute. Detox und so weiter. Außerdem habe ich diesen Hals- und Rachen-Tee gekauft. Ich glaube, alle wissen, dass im Winter erhöhte Erkältungsgefahr ist. Und dieser Tee ist großartig, wenn man Halsschmerzen hat. Ja, ganz großartig. Da ist Eiwisch drin und Süßholz. Schmeckt sehr süß. Sehr süß. Und könnte ich wahrscheinlich gerade mal getroffen. Vor allen Dingen, wenn man so einen Kratzen im Hals hat, irgendwie da so einen trockenen Hals, also ich jetzt gerade, dann kann man sowas ganz toll nutzen. Als letztes habe ich Milchsäurekulturen. Diese Teile sind großartig, wenn ihr Probleme mit eurem Magen-Darm-Trakt habt. Wenn ihr eine Weile Antibiotika genommen habt und eure Darmbakterien ein bisschen helfen wollt, dann könnt ihr sowas hier gut nehmen. Einfach einmal täglich. Ich habe gehört, am besten halt abends, damit die halt über Nacht so ein bisschen sich ansiedeln können und so weiter. Ja, und dann geht es rund, würde ich sagen. Tja, ich weiß auch nicht, wie ich das anders sagen soll, wirklich. Ein gesunder Darm ist wirklich nicht zu unterschätzen. Hilft bei so vielen Sachen und ist die Basis der Gesundheit und des Immunsystems. Ja, Hashtag Immunsystem, sage ich euch. Und der Darm, ja, ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor einfach in eurem Leben. Ihr müsst es vielleicht nicht glauben, aber es ist so. Okay, das war es mit diesem kleinen Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann abonniert meinen Kanal und liked dieses Video. Teilt es mit euren Freunden, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020